Wiederkehrende Aufgaben sind in Outlook und in To-Do seit Jahren – teilweise sogar seit Jahrzehnten – Standard. Nur im Planner mussten wir uns herumschlagen mit Power Automate und dem manuellen Kopieren von Vorlagen und Ähnlichem. Aber damit ist jetzt Schluss! Seht selbst! Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr jetzt endlich im Planner wiederkehrende Aufgaben ohne irgendwelche Umwege anlegen könnt. Ich zeige euch über die Microsoft Roadmap auch, wie ihr sehen könnt, was euch im Planner in nächster Zeit erwartet. Nun zunächst zu den wiederkehrenden Aufgaben im Planner. Wenn ihr im Planner eine Aufgabe aufmacht, findet sich jetzt an dieser Stelle – die früher frei war – das Wiederholen. Wenn ihr hier eine Wiederholung einstellt, wie zum Beispiel täglich, dann wird automatisch ein Fälligkeitsdatum eingestellt. Das heißt, es kann keine Wiederholung ohne Fälligkeitsdatum geben. Das ist auch erstmal nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber von täglich wieder auf Wiederholt sich nicht zurückstelle, dann verschwindet das Fälligkeitsdatum. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es automatisch reingekommen ist, ist es auch gut, wenn es automatisch rauskommt. Aber selbst wenn ich es selber hier einstelle, und auch wenn die Aufgabe gespeichert ist, und ich später eine Wiederholung einstelle und dann auf Wiederholt sich nicht gehe, wird die Fälligkeit rausgeworfen. Das halte ich noch für nicht so ganz ideal, aber wenn man es weiß, glaube ich, kann man damit ganz gut zurechtkommen. Was gibt es jetzt an Formen der Wiederholung? Es gibt täglich. Das heißt, wenn ich ab dem 16.09. eine tägliche Wiederholung habe – ich speichere das mal –, dann sehe ich nur diese eine Aufgabe, die für den 16.09. da ist. Wenn ich die jetzt erledige, dann seht ihr, die wird erledigt, und es wird eine neue angelegt. Die erledigte findet ihr jetzt hier. Die ist vom 16.09. Fälligkeitsdatum, und die neue ist hier mit dem 17.09. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr auf erledigt klickt, dann wird die Aufgabe für den nächsten Tag erzeugt. Wenn ich nun Wochentage wähle, dann heißt es einfach, dass Samstag und Sonntag ausgeklammert wird. Also am Freitag, wenn ich auf erledigt klicke, würde die nächste Aufgabe dann für den Montag angelegt werden. Wöchentlich heißt 18.09., eine Woche später 25.09. und dann eben so weiter. Monatlich ist dasselbe, also immer ausgehend vom Fälligkeitsdatum. Jährlich wäre dann der 18.09.23. Das mache ich mal hier noch. Das heißt, ich habe hier jetzt den 18.09. des aktuellen Jahres. Deshalb wird das ja auch nicht mit angegeben. Wenn ich jetzt auf erledigt klicke, dann seht ihr, habe ich den 18.09.23. Das wären sozusagen die Standardwiederholungen, die möglich sind. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass wir benutzerdefiniert wiederholen. Das heißt, ich kann festlegen zum Beispiel für den Tag. Ich möchte jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Serie anlegen oder für die Woche. Ich möchte jede Woche am Montag und – ich könnte auch sagen – jede Woche am Mittwoch und am Freitag. Montag, Mittwoch und Freitag und das jede Woche. Das geht aber nur für jede Woche. Das heißt, wenn ihr nur einen Tag wählt, könnt ihr auch sagen – jede zweite Woche. Wenn ihr zwei Wochen wählt, dann könnt ihr nur noch einen Tag in der Woche auswählen. Wenn ihr einen zweiten auswählt, dann springt er auf eine Woche zurück. Wenn ihr auf den Monat geht, habt ihr hier am 18. Tag bzw. am vierten oder sogar auch letzten Montag in diesem Monat. Beim Jahr, September 18., jedes Jahr, jedes zweite Jahr oder eben auch hier wieder am so und sovielten Montag im September usw. Ich finde, das ist schon ziemlich gut. Es ist vielleicht nicht ganz so gut wie in Outlook. Ich habe das hier mal aufgerufen. Wenn ihr euch in Outlook die Aufgabenserien anschaut, dann gibt es zum Beispiel so was wie neue Aufgaben erstellen nach Abschluss der vorangegangenen Aufgabe. Das kann der Planner nicht. Aber ansonsten kann er alles, was hier zum Serienmuster gehört. Die Seriendauer lässt sich nicht einstellen. Das heißt, ich kann nicht sagen, endet dann und dann oder nach so und so viel Aufgaben. Das, finde ich, lässt sich verschmerzen. Ich finde es okay. Ich würde sagen, Outlook ist 25 Jahre alt und kann eben ein bisschen mehr als Planner, der erst relativ jung ist. Was ich vor allem toll finde – ich wechsle dazu mal gerade hier noch in To Do – es ist definitiv besser als in To Do. Denn wenn ihr in To Do mal geschaut habt, wenn ihr da zum Beispiel Wochen wollt, ihr könnt hier zwar auch mehrere Tage einstellen, aber wenn ihr in die Monate geht, dann gibt es nur im Monat jeden ersten, zweiten, dritten Monat. Es gibt nicht so was wie am vierten Freitag des Monats, und das wäre bei jährlich genauso. Insofern ist es noch nicht perfekt im Planner mit den wiederkehrenden Aufgaben, aber es ist eigentlich schon ganz gut. Wenn euch jetzt interessiert, was euch im Planner in den nächsten Monaten erwartet, dann ist die beste Möglichkeit, das nachzuschauen, die Microsoft Roadmap. Den Link dazu habe ich euch auch unten in der Beschreibung verlinkt. In dieser Microsoft Roadmap gibt Microsoft für die allermeisten Produkte, die sie zur Verfügung stellen, an, welche Funktionalitäten gerade in Entwicklung sind, welche im Rollout sind und welche schon komplett freigegeben sind. Ob das, was hier schon freigegeben ist bzw. im Rollout ist, bei euch auf dem Rechner auch schon ankommt, das hat ein bisschen was mit der Update-Politik in eurer Firma von eurer IT-Abteilung zu tun. Bei den Desktop-Apps hängt das an dem aktuellen Kanal. Das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Wenn ihr zum Beispiel in Outlook seid, dann könnt ihr in Outlook über Datei, Office-Konto, könnt ihr hier den aktuellen Kanal sehen und auch die Version, die ihr gerade habt. In vielen Firmen steht hier eben halbjährlicher Enterprise-Kanal. Das heißt, ihr kriegt nur alle halbe Jahr das neue Update. Manchmal ist es auch so, dass die Updates nicht automatisch verteilt werden, sondern ihr unter Umständen hier noch über Update – und dann jetzt aktualisieren – euch den neuesten Stand holen müsst. Beim Planner – das ist ja eine Web-Anwendung – habt ihr immer den Stand, der eurer Firma zur Verfügung gestellt ist. Das, was da freigegeben ist, solltet ihr dann immer schon haben. Das, was im Rollout ist, haben vielleicht manche Firmen schon und andere noch nicht. Jetzt möchte ich für den Planner wissen, was gibt es da. Das heißt, ich wähle hier den Filter für das Produkt und wähle mir dann den Planner aus. Dann klicke ich noch hier in den Hintergrund, dass die Auswahl wieder aufgehoben wird und dass ich sehe, was hier jetzt vorausgewählt ist. Das sind jetzt zwei Sachen, die sind in Entwicklung. Eins im Rollout und vier sind freigegeben. Ich nehme mal Rollout. Da seht ihr hier Microsoft Planner – Recurring Task, also wiederholende Aufgaben. GA steht für General Access, also es steht im Prinzip allen zur Verfügung. Man kann dann noch ein bisschen mehr Informationen aufrufen, indem man hier draufklickt. Wenn ihr es lieber auf Deutsch lesen wollt – das ist zwar jetzt schon die deutsche Website von dieser Roadmap – das seht ihr hier oben. Auch der Rahmen, sozusagen, ist schon auf Deutsch, aber die Erklärung ist es nicht – dann klickt ihr einfach mit der rechten Maustaste in die Erklärung und wählt den Befehl in Deutsch übersetzen. Teilweise ist die Übersetzung recht gut, wiederkehrende Aufgaben, aber teilweise auch nicht. Hier stand vorher GA für General Access. Warum das mit gehen übersetzt ist, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest – wenn ihr nicht so gut Englisch könnt – eine erste Idee, was hier genau gemeint ist. Wenn wir jetzt mal schauen, was in Entwicklung ist – ich nehme den Rollout mal raus und nehme Entwicklung – dann sehen wir zum Beispiel Rich Text und Bilder in Planner Aufgaben-Notizen. Das heißt, wir können in Zukunft Formatierungen machen, und das wird wohl ab dem Oktober ausgerollt – also relativ bald. Ich freue mich da schon drauf, weil ich finde, Bilder und Rich Text ist hier doch sehr hilfreich. Wenn ihr jetzt merkt, dass euch die deutsche Übersetzung nicht so gefällt, dann klickt ihr einfach hier oben auf das Aktualisieren-Symbol in eurem Browser, und dann habt ihr es wieder in englischer Sprache. Ihr seht außerdem, jetzt im September soll wohl noch kommen eine neue Tabellenansicht im Planner und auch die Möglichkeit, eine Ansicht für nur mir zugewiesen anzeigen zu lassen. Da können wir auch schon sehr gespannt sein, was das dann genau erleichtert für unseren Arbeitsalltag. Wenn man hier mal so ein bisschen rumschaut und sich die Produkte anschaut – ich nehme mal als Beispiel Word – dann sieht man, in Word gibt es 4, 6, 20 Sachen, die gerade so in der Umsetzung sind. Das ist jetzt nicht besonders viel. Wenn wir uns das zum Beispiel mal anschauen in Microsoft Teams, dann sehen wir 70, 65, 358 – also ihr seht schon, wo die Entwicklungskapazität von Microsoft gerade hingeht. Es sind also definitiv nicht die Desktop-Apps, wie zum Beispiel auch Outlook Desktop-App. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr als im Planner, aber es ist weit entfernt von dem, was gerade in Teams passiert. In Teams ist sehr viel in Bewegung. Wenn ihr euch mehr für den Planner interessiert, schaut euch mal die Playlist an, die ich in der Infokarte verlinkt habe. Da sind so Sachen drin, wie ihr Pläne kopieren könnt, wie das mit den Zugriffsrechten auf die Pläne ist und einfach auch Tipps, wie ihr es am Desktop installieren könnt und ähnliches. Also schaut da gerne mal rein. Wenn euch das Zusammenspiel der verschiedenen Apps hier von Microsoft 365 besonders interessiert, da habe ich gerade ein neues Buch dazu geschrieben, Microsoft 365 – Zusammenarbeit in der Cloud für Dummies – habe ich geschrieben mit Sigrid Hess, meiner Kollegin. Ich würde mich freuen, wenn euch das Buch gefällt. Schaut gerne mal unten in der Beschreibung, da könnt ihr das auch bestellen. Dann bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren, und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arnum!